Hallo und ganz herzlich willkommen bei einem weiteren Video-Tutorial zu leitstellenspiel.de. Heute habe ich eine Frage an euch und eine neue Funktion für die Premium-Spieler, das heißt die Spieler mit Premium-Account. Aber gucken wir uns doch mal hier die Alarmieren-Maske nochmal in Ruhe an, indem wir hier bei dem Motorradunfall auf Alarm klicken. Wir haben hier oben die Button voriger Einsatz und nächster Einsatz, den Direkt-Fertigstellen-Button und hier unten den Alarmieren-Button mit den gewählten Fahrzeugen. Bei den Premium-Spielern ist es jetzt so, dass hier hinter noch die Zahl ist, wie viele vorherige Einsätze es gibt und wie viele nächste Einsätze es gibt. Ich hole mir dazu jetzt mal einen Premium-Account. Einen Premium-Account könnt ihr euch kaufen bei Profil Premium-Account. Den bezahlt ihr einfach mit Coins. Ich kaufe jetzt mal einen Monat. Ihr seht schon, die Werbung ist dann direkt weg. Das ist ein Vorteil des Premium-Accounts, aber es gibt noch weitere. Und zum Beispiel, dass jetzt hier die Zahl mit angezeigt wird. Vorherige Einsätze gibt es gar keine, nächste Einsätze gibt es sieben. Und jetzt hier Durchblätter, dann seht ihr, ja, passen sich die Zahlen entsprechend an. Ja, das zu den Neuerungen für die Premium-Spieler. Es gibt allerdings auch noch weitere Überlegungen, wie man diese Maske noch verbessern kann, wie man noch mehr bessere Informationen darstellen kann. Und dazu gibt es einen Zwert im Forum. Ich zeige euch den mal. Da wird diskutiert, wie man diese Maske noch verbessern könnte, was man da im Einzelnen noch machen könnte. Und ich lade euch ganz herzlich ein, daran teilzunehmen an dieser Diskussion. Weil umso mehr Leute daran mit drüber nachdenken, umso besser wird das Ergebnis hinterher. Vielleicht hat ja auch noch jemand eine super Idee. Okay, da würde ich mich freuen, wenn ihr die ebenfalls hier mit reinschreiben könntet. Dann könnten wir uns das gemeinsam mit der Gesamt-Community eine schöne Maske dafür überlegen. Ich setze die Maske entsprechend um. Und dann, ja, können wir das ins Spiel übernehmen. Das war es jetzt erstmal von mir. Ich wünsche euch schon mal ein ganz tolles Wochenende. Und würde mich freuen, wenn wir uns die Tage wieder hören. Bis dann. Danke. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann.